Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Analyse betreffend des Kanals von Kisuna Ayhara. In dieser zweistündigen Sendung möchte ich Ihnen demonstrieren, was diese Person auf ihrem Kanal alles betreibt. Als erstes kümmern wir uns mal um den wöchentlichen Content, welches aus Gameplay-Videos, sogenannten Let's Plays, besteht. Okay. Ach du Scheiße! Okay, der gefällt mir. Gut. Ich bin normal kein Science-Fiction-Fan, aber... Da nimmt die quasi Doktor Hu weg! Alter! Ich hab mir noch mehr Angst ein! Sonntag ist ein besonderer Tag. Nicht nur, weil es der Ruhetag ist. Spielt League of Legends. In Dramal zeichnet sie. Liest ihre Fan-Fiction vor. Während dazu eine Illustration entsteht. Gummibärchen. Und deshalb sehe ich keinen Grund, da nicht einzuschalten. Ich bring dich um! Wenn du nicht sofort aufhörst, stell dich um zu schalten! Viel Spaß auf diesem Kanal! Ich bin normal, weil ich dance.